Peace, meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder etwas, was ein bisschen länger nicht mehr kam. Wir tun ein Spiel besichtigen, bzw. wird es hier wahrscheinlich eine Kooperation geben, glaube ich. Ja. Nehmen wir mal ein Auto. Ich zeige euch erstmal, was es hier so gibt am Spawn. Die Audioformierung Wuppertal haben wir hier. Heißt, ihr wisst auch schon, was für ein Spiel das ist. Das ist Wuppertal. Wir kaufen mal die E-Klasse jetzt nochmal. Ja, also ich habe mir die Map angeguckt, ich finde sie sehr sympathisch. Ich mache auch mal die Hintergrundmusik leiser, bzw. nicht Musiktöne. Fahr aber trotzdem in den Audi. Jo, kannst du. Jo, hier hinten ist die sympathische Sparkasse. Und jemand, der ich bin dumm schreibt, dann haben wir da auch die Apotheke, das Wichtigste von allem. Dann wird auch ordentlich gedacht, hier ist die... Boah, als macht der Creator mit, ähm, läuft der mit hinterher. Jo. Hier hinten ist der Rewe. Jetzt fliegt der. Jo. Jetzt sind wir einsteigend. Das ist der Rewe. Ja, der Rewe. Oh, da sind wir voll. Ja. Leon, willst du da einsteigen? Ich glaube, einen Sitz haben wir noch. Ähm, der kann hier gar nicht einsteigen. Auto ist voll. Oh. Wir haben es geschafft. Na, der hat sich jetzt irgendwie dahin gesetzt. Da, der Rewe. Dann fangen wir mal, denn hinten haben wir die, was für die, den Zoll. Das Zoll, keine Ahnung. Ähm, hier ist eine Station der Schwebebahn. Wie man unschwer erkennen kann. Man kann sich gut hinsetzen. Ähm, haben wir hier... Das ist keine Station der Schwebebahn, ähm, das ist Zug. Siehst du ja hier, die Schwebebahn ist oben und hier sind Gleisen. Ah, ja. Der Deutschen Bahn. Haben wir hier... Arkeet holen? Ja, gerne die 1, 2 ist meine Zahl. Da haben wir sie, perfekt. Lass es bitte. Warte, guck. So. Und... Ähm, bist du live oder was hast du? Eine Aufnahme. Eine Aufnahme, ist ja gut. Ja. Und man sieht auch, unser Auto wurde so eben geklaut. Du hast dein Auto nicht abgeschlossen, ne? Warte, guck. Einfach Diebe hier. Also, sehr unsympathisch. Ah, das Studio, lass mal bis ins Auto. Das Auto gehört dir nicht. Jetzt gehört's mir nimmer. Ja, sehr gut. Da kann ich um die einsteigen. Und schließt bitte dein Auto jetzt ab. Ja, ist abgeschlossen. Ja, da kann ich jetzt niemand anderes mehr. Wo soll ich denn gehen zur Autobahn? Ja, da hinten war man ja schon. Fangen wir hier nochmal über die Gleisen. Hier hinten ist die Schwebebahn. Ja, also, Blitzer. Wir fahren jetzt einfach mal eine Runde durchs Wasser. Ums Wasser. Hier ist die Schwebebahn. So. Das ist sehr eng hier. Kriegen wir alles hin. Das ist richtig. Du hast die Rechnungen schon zu zahlen? Hm, ich guck mal. Nee, keine Rechnung. Hier haben wir auch ein Rollplay-Menü. Wo ist der Blitzer? Jetzt glaube ich, ich hab' keine. Ich glaub' auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Da hinten ist die Autobahn Auffahrt. Da sieht man, ich bin Profi im Fahren. Na, ich bin auch Profi im Fahren. Führerschein ist weg. War lieber nicht zu schnell, sonst ist dein Führerschein weg. Wenn er weg ist, bist du... Ja, du bist im Video, aber du störst mich. Da ist der Blitzer. Warte mal kurz. Ja, ich bin gecrashed, ist nicht meine Schuld. Der Direktor ist drin. Ja. Da hinten ist die SEK Base. Wow, ähm... Roblox, ähm... Support GmbH, neuer Rekord. Du bist der MDID 2. Damn, bro. Oh, jetzt was Besonderes? Ja. Ja, das ist was Besonderes. Hat noch niemand geschafft. Ach ja, ich wollte jetzt sagen, dass ich gleich mit dem Video beginnen, ne? Mit welchen? Ich geh dann gleich aus dem Tag raus, also keine Sorge. Ja. Äh... Dürfte ich dann dieses Bild benutzen, was ich... Warte, ich schicke sie einfach kurz an. Warte. 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 Eine Frage. Wie gefällt dir eigentlich eigentlich das Spiel? Also bewerte mal selbst. Ich? Na ja, bewerte mal selbst das Game. Wenn ich ehrlich bin, 9 von 10. Hm. Aber liegt halt gut daran. Also... Ich muss noch... Ich muss noch mal ne Runde... Ich... Ich dreh noch mal die Runde fertig. Dann kann ich es perfekt bewerten. Ja. Ich glaub, Licht kann man auch anmachen. Machen wir auch L? Wie bei L? Ne, bei dem nicht. Geht nur nicht. Aber Huper. Ist das Audi? Ist das Audi, ja. Ja. Blitzer. Da ist mein Blitzer, mein Liebling-Ding. Hm. Spruch immer. Müssen wir noch Geld einzahlen? Ich muss gleich Geld einzahlen. Also ich wollte noch mal so mitteilen, für alle die jetzt auch die zugucken, das gäbe ich noch in April. Ja, stimmt. Das haben wir auch vergessen. Ja, jetzt sind wir fertig mit der Runde. Ich würde sagen. Joki, ich geh dann jetzt und mach das Video. Ja. So ne solider 8,5 von 10. Mhm. Weil es... Wollen wir Geld einzahlen gehen? Und du auch? Oder Geld auszahlen? Ja. Dann kannst du ein Auto kaufen. Ja. Mach mal das mal. Ah ne. Ich muss erst mal gucken, wo der Spawn ist. Du fährst schon richtig. Du fährst schon richtig. Ah ja. Ja. Gerade vor uns. Also da ist der Jobcenter. Da könntest du auch gleich rein. Aber noch keine Teams bitte wechseln. Ja. Keine Teams wechseln hier. Auto abschließen oder ist? Ähm. War schon, ja. Dann tun wir mal ein bisschen anmelden. Ich sehe. Weil Leute, wenn ihr hier seht, hier ist mein originelles Passwort, die Punkte. Das ist mein originelles Passwort. Ja. Wie heißt denn dein Passwort? Ähm. Ich zähle die ganzen Punkte. Mein Passwort ist Punkt, 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 Punkt. Das ist mein Passwort. Kannst dich grad in meinen Account einmelden. Ja, ich wohne nur noch. So, ähm. Wo soll's jetzt hin? Fertig oder noch nicht? Ja, wir sind fertig. Also hier kann ja viel Geld anziehen. Also hier, du kannst auch mal zum Zresor gehen. Der Zresor ist aber noch nicht so phänomenal. Phänomenal. Der Zresor. Hauptsache, der ist noch nicht so phänomenal. Die Bank ist aber pleiter. Hauptsache, der erste Hauptbahn aus Ruppa. Die Bank ist ziemlich pleiter. Ja, also. Ihr ist auch scheiße. Ähm. Ihr ist auch scheiße. Das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt und ähm. Hier. Man weiß ja Bescheid, wenn man das Bilder sieht. Nee. Ja, das Wunde verboten. Schild. Achso, das ist da oben. Ich dachte, das untere. Also hier kann man Teams auswechseln, aber die gehen noch nicht. Also da sieht man schon mal alle Teams, die es geben wird. Das sieht auch sehr schön aus mit dem Jobmenü. Mhm. Sehr viel auf jeden Fall. Ja, ähm. Du kannst auch diese Dame fragen. Frag mal die Dame etwas. Kannst du fragen. Hallo. Hallo Frau Dahmer. Äh, doch nicht. So, jetzt. Warte, jetzt gleich beantwortet sie dir. Jetzt. Hallo, wie kann ich ihnen helfen? Hallo, I don't speak German. Ähm. Ich hab, ähm. Ich hab Fragen zum Spiel. Alles klar. Stell mir die Fragen, die ich beantworten soll. Überöffne ich das. Mhm. Mhm. Kriege ich einen Job. Einfach auf den anderen Punkt. Alles klar. Danke. Kein Problem. Sehr nett. Also ihr habt sehr nette Angestellte. Ja. Das ist aber sehr nett und zum Flirten ist sie perfekt gedacht. Perfekt. Das sind die Audis. Du kannst auch Auto färben. Äh, beliebig. Äh, auf beliebige Art. Ja. Das hab ich schon gesehen. Ich weiß aber... Was war dann mal dein Auto? Ich glaub der Weiße war mein Audi. Ja. Ja, ich glaub das war mein Auto. Ja. Ja. Ja, so ne 8,5 von 10. Dann pälten wir unser Auto mal in der... Mhm. Also hier ist der Wuppertal Shop zum Kaufen. Ja. Wir parken jetzt einfach mal hier würde ich sagen. Aber wir, äh, guck mal hinter dir. Wir halten die Corona-Abstandsregel ein, wenn du hinten guckst. Guck mal bei uns rein im Auto. Wir halten die Corona-Abstandsregel ein. Also das ist ne Freichheit. Ähm, das Video wird direkt gesperrt, wenn die das sehen. Ne. So, dann hier ist der Wuppertal Shop. Hier kann man alles kaufen mit Musik sogar. Ist die Copyright? Ja, ist sie. Äh, nein. 100%? Also die darfst du hier, ähm, die darfste anmachen. Okay. Äh, sonst, das würde auch Roblox überprüfen, welche Musik, äh, hochklaren wird. Also auch, ob es erlaubt ist. Und Leon macht gerade Rami Dami. Ich glaube, wir sollten gehen. Ja, okay. Jetzt ist es ne 9 von 10. Weil man die Scheiben kaputt machen kann. 9 von 10. Ja, das kannst du kaputt machen und dann einbrechen hier. Also einbrechen und Geld klauen. Ja. Ich will den kaufen. Wie soll man denn sonst hier reinkommen? Wahnsinn, ich hab kein Geld für das. Wie bitte? Ich hab kein Geld für die ganzen. Sie sind alle zu teuer. Ja, wie viel, wie viel Roblox brauchst du denn jetzt? Würde ich dir die geben. Also, also für das billigste brauche ich zwei Roblox und für das teuerste, lass mich recht. Ja, dann kriegst du zwei. Einen Moment. Okay. So macht man Verhandlungen. Jaja, du kriegst jetzt gleich, weil du ja sehr kein guter YouTuber bist, zwei Roblox. Ja. Und die gebe ich direkt wieder auf. Ja. Ja, das sieht auch ganz nice aus. Ich glaube, ich nehme das rote oder das weiße. Das weiße würde ich kaufen. Das ist am billigsten. Kostet auch nur fünf Roblox. Ja. Was kostet das rote dann? So, du kriegst jetzt gleich fünf Roblox. Äh, du kriegst jetzt zwei Roblox. Damit kannst du dir was kaufen. Ja. So, du hast es bekommen? Na, dafür muss ich das Roblox 3 starten eigentlich. Eigentlich, ja. Na, dann mal später eben. Ja. Oder ein Visetten würde auch gehen, wenn du dich visettest. Echt? Also, das wüsste ich jetzt nicht, dass es geht. Das weiße ist das günstigste. Kostet auch nur fünf. Ja. Ne. Ich muss rejoin dafür. Ja. Geht nicht? Ich muss gut haben kaufen, steht da drin. Dann komm. Wo bist du hin? Ah ja, im Auto. Halt! Ja. Wollen wir Auto fahren wieder? Ja, ich weiß wieso. Wir haben nur vier Roblox jetzt. Du hast mir einen gegeben. Wir sollten mal besoffen fahren. Wir sollten mal besoffen fahren. Wir sollten mal besoffen fahren. Okay, ich bin gut im besoffen fahren. Also, du hast mir nur einen Roblox gegeben. Weißt du, überall wo du bist, dein Auto ist immer knallvoll. Dein Auto ist immer voll. Ja. Oh, besoffen. Wir sind sehr besoffen. Aber auch noch ohne Maske. Maskenschutz. Ja. Also, die Staubung ist sehr angenehm, aber darauf muss ich mich erst mal lernen. Weil so eine angenehme Staubung, darauf muss man sich erst mal lernen. Weil bei Berlin einmal lenken und du bist einmal durch ganz Berlin gefahren. Ja. Ich finde auch gut, dass es hier Einbahnstraßen gibt, so ein bisschen. Und ich kann nicht fahren. Warte mal kurz, das ist der Direktor. Ja. Fahre mal weiter. Moin. Ich schreibe einfach Moin und fahre weiter. Da hinten ist ein Blitzer. Ist das der eine? Ja. Kannst du dir mal zeigen, was passiert, wenn man eine Geldstrafe hat? Ja. Ja. Dann drehen wir nochmal. Oder... Wir werden eh bald mehr Blitzer aufstellen. Die Blitzer werden eh bald wieder mehr aufgestellt. Können auch Polizisten Blitzer aufstellen. Ja, das kannst du denn auch und sogar auch Laser, also mit Laser sein. Äh... Hat niemand das gesehen. Und Rechnung mit jemanden verpassen, das geht auch. Ist auch schön in Arbeit. Also das Wuppertal-Spiel bringt täglich Updates manchmal. Also täglich kommen Updates. Mhm. Mhm. Weil wir ja auch in April sind und eben das Game bauen wir schon seit vier... Zirka vier Monate. Zirka. Dafür ist es schon sehr... sehr schön, würde ich mal sagen. Na, wir haben auch mehr Devs. Es sind auch die Devs, die beide haben, die mitbauen. Mhm. Und ich kann wirklich nicht fahren heute. Ein Schild, einfach im Nirgendwo und ich crash rein. Perfekt. Mhm. Also, die Map ist riesig, also schön groß. Ah, da hinten ist es ein Blitzer. So, nehmen wir mal Anlauf. Nein. Doch, da hinten ist ein Blitzer. Ja, warte mal. Ja, du nimmst Anfahrt oder Anlauf? Anlauf. Hat's geklappt? 100 kmh in der 80er-Zone, ja. Du hast eine Rechnung erhalten. So denn? Rechnungen... 500... Also, die spinnen ja wohl. Ich hab 5 Millionen. Also, ich sag nochmal so, der Top-Wert ist 5.000. Alles über 5.000. Und? Äh, ich würde Schein entschieden. Heißt, ich müsste 2 Millionen von... Möchtest du erst die Karstattung zeigen oder nicht? Ah ja, die kann man mal zeigen. Hm, ähm, runterfahren? Äh, wie sind die Dinge denn noch? Weil... die offen sind. Na, ich weiß schon wieso. Ob, verla... Ja. Auto kaputt? Auto abschließen? Ja, ist abgeschlossen. Das ist die... SEK... Station. Also, das ist mein Raum. Der Isolationsraum. Ich bin jetzt im Waffenraum und man erkennt mich einfach nicht. Also, ich seh keinen Unterschied. Soll ich ne Waffe holen? Ja. Junge, komm mal her. Komm mal her, hol mal deine Waffe und dann schieß mal ein Ziel ab. Aber auch nicht den, den... Ein Ziel, ne? Ah, ich krieg jetzt gleich meine Waffe einen Moment. Inventar... Warte kurz... Ich hab keine bekommen. Zeig die nicht an, aber... Kann ein bisschen dauern, bis wir eine Waffe besorgt haben, aber... Eigentlich... Es sieht schon gleich aus. Man könnte die gleich abknallen. Ja, die Gesichter und alles... Hm, dann kannst du hinschreiben zu deinem YouTube-Video... Re... 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 Steve! Der Schießungskommando hat er geschossen. Ja. Dann lass, komm, wir gehen weiter. Wir gehen mal ganz hoch. Na, ich zeig euch erstmal den anderen Raum. I think. Die Eingangshutter, die ist leer. Du bist du... Gehst du gerade da... Gehst du gerade über der Brücke? Jetzt geh ich über die Brücke, ja. Bin hinter dir. Du hast mich überholt. Oh, guck mal. Sieh doch mal, wie viele im Game sind. Mach mal Tab. Die Tab-Taste. Mhm. Und dann siehst du alles. Also alle, die da sind. Ja, sehr viele. Ich muss mal zählen. Also das Game ist noch nicht draußen. Man kann es nur testen, wenn man in einer Roblox-Gruppe ist. Ach. So, dann, ähm... Wer ist wohl am schnellsten durch? Ich. Ich warte dann am Ende auf euch. Ja. Ich bin rufen. Ey, der hier, der verfolgt mich. Das ist mein, ähm, Helfer. Der hier, der mich die ganze Zeit verfolgt. Moin. Hast du's ja geschafft. Ja, ich geh. Ich lauf zum Start. Äh, hier so. Ich bin schneller da, sehr hoffentlich. Ey! Okay, nochmal. Damit auch die letzte Runde. Nächstes Mal verwende ich Fly. Oh mein, jetzt ist die Fly. Hast du ja lange gebraucht. Nochmal. Ah! Na gut, kann vielleicht daran liegen, dass ich manchmal mich teleportiere. Aha! Ja. Ja. Das Video geht auch sehr lang. Kommste? Ja? Gibt's noch was? Ne, wo willst du jetzt hin? Oder was? Das... Ich beend's jetzt. Ich glaub, das wird das längste Video, das du gemacht hast. Ne. Ne, ne, ne. Wer hat noch jemand, der hat eine Stunde und so ein Video gemacht, äh, hier im Portal. Das war ja schon lange. Ich sag jetzt nicht wegen Werbung, den Channel. Ne, ne. Doch, sag mal Spaß. Ne, ne. Ne, irgendwie mit Dark heißt der. Muss ich mal gucken. Musst du auch im YouTube Channel gucken bei uns. Da steht's drinne. Ja. Verlinkst du denn auch den YouTube Discord und alles? Ja. Ja. Gefällt dir die Wand? Willst du sagen? Ja. Nehme ich gerne. Also, ich muss doch gerade entscheiden, welches ich nehme. 5 Mark? Ist ja billig. Ich hab ich nicht. Ich hab, ich hab Bobux. Ich hab 4 Bobux. Ach. Ich dachte, du hast, äh ja, 5. Meinst du 5? Nein, 4. Du hast mir eingepayt. Ich dachte, ich hab dir so viele gegeben. Du hättest 2 pellen sollen. Ich habe nur einen bekommen. Gib mal her. Gib mal den Bobux. Noch einen Bobux? Ja. Ich brauch noch einen Bobux. Ach so, das ist auch das Worte. Dann mach ich dir. Sag ich denen gleich lernen Bescheid. Ähm. Ich sitz mal vorne bei dir. Also, ich bin bekannt in Wuppertal auch als, wie sag ich das? Ähm. Guck mal, jetzt geht's. Vorfüger-Effekt ist es sonst immer. Äh, das sag ich lieber, wenn ein YouTube-Send ist, was ich, ähm, was ich bekannt bin hier. Hier ist auch das Ende, weil hier ist ganz schön, würde ich sagen. Mit dem... Mit der, ähm... Äh, denkst du nicht, du musst hier einen parken? Ach so, stimmt, ja. Stimmt, ihr habt recht. Du hast recht. So. Ja, perfekt eingepackt. Ja. Würde ich sagen. Hab noch einen schönen Tag. Tschö mit. Die, die immer dabei sind, müssen Kö sagen nochmal. Tschö mit. Tschö. Tschö. Wenn nicht. Nein, du musst immer Kö sagen. Ich sag Tschö und du sagst Kö. Tschö mit. Tschö. Tschö.